So, wenn der Rainer ruft, dann komme ich natürlich gerne, weil da gibt es immer Interessantes zu sehen. Heute sind wir in Friedberg. Rainer, hallo hallo. Gute Fahrt gehabt. Alles wunderbar. Gut, jetzt wenn du rufst, wie gesagt, dann wird es interessant. Was wird denn heute so interessant? Ich wollte heute mal was zeigen und die neuen Zuschauer ein bisschen sensibilisieren, dass alles nicht so sein muss, wie es im ersten Moment aussieht, dass auch anscheinend nach ein kleiner Schaden doch ganz große Folgen haben kann. Und das wollen wir uns jetzt mal zusammen anschauen und vielleicht den einen oder anderen ein bisschen feinfühliger für das Thema zu machen. Gut, also das, was er uns zeigen will, im ersten Moment sieht man es nicht und vielleicht erklärt er dann, warum die Sache interessant ist für uns oder eben für den Kunden. Jetzt sind wir ja hier auf dem Bergplatz von Engelkarawaning. Wir sind hier in der Nähe von? Ja, in der Nähe von Frankfurt. Engelkarawaning ist ein großer oder mittelgroßer Händler im Rhein-Main-Gebiet mit mehreren Marken. Eine tolle Werkstatt. Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Firma. Ich fahre auch sehr gerne hierher, liegt zentral im Rhein-Main-Gebiet und schauen wir uns mal an, was Interessantes hier gibt für uns. Also kurz oben ist das Hauptgeschäft. Da ist der Verkauf drin und die grosse Mietstation, die vermieten ja weiss wie viele Wohnmobile. Und hier im Hintergrund, das ist das neue Service-Center. Ich glaube, das ist ein Jahr oder eineinhalb Jahre offen. Und da ist jetzt wahrscheinlich ein Fahrzeug, das wir gemeinsam anschauen sollen. Genau. Rainer, jetzt sind wir hier im Service-Center. Es ist viel los, wie man sieht. Viele Autos hier. Ja, das Service-Center hat eine hohe Betriebsamkeit, wie du siehst. Es steht alles voll. Und hier haben wir die verschiedensten Hersteller, die die Firma Engel betreut und vermarktet. Und hier haben wir unser Objekt. Das ist der, das wir gesprochen haben. Das ist ein Detlefs-Trend. Genau. Mit einem kleinen Schaden. Kleinen Heckschaden. Erstmals. Schauen wir uns den genauer an. Genau. Ja, Rainer, wegen dem kleinen Teil, dem kleinen Schaden, rufst du mich an. Ja, ich habe gedacht, auch kleine Sachen können schön sein oder interessant. Hier haben wir einen Anstoß beim Fahrzeug hinten links. Was den Schaden interessant macht, ist, dass der Schaden diagonal ist. Also das Fahrzeug wurde aus dieser Richtung getroffen. Also da, wo die Kamera ist, von der Seite kam anscheinend ein Fahrzeug, hat die Ecke touchiert und jetzt sieht es so aus. Ganz genau. Die Schwierigkeit an so einem Schaden ist, wo sind die Schäden oder sind überhaupt Schäden vorhanden? Ist das Fahrwerk in Ordnung? Ist der Aufbau verschoben? Das ist jetzt ja zu klären. Ich habe gesehen, du hast da einen Koffer dabei. Du gehst da mit dem Koffer zum Kunden und dann muss ja irgendwas im Koffer sein, wo du dann halt eben deine Analyse machst. Genau. Da sind verschiedene Werkzeuge drin, von Lackschichtdickenprüfern, um festzustellen, ob schon Vorschäden am Fahrzeug waren. Das muss ja auch dokumentiert werden. Und Meter, von Metermaß über Schieblehre, über Beulenspiegel, ja, damit wir Beulen transparenter machen können, um die auch bei der Fotodokumentation anständig zu zeigen, damit man auch sieht, hier ist eine Beule und wodurch ist die entstanden? Ist es durch den direkten Anstoß oder ist es eine Staurung? Für solche Sachen habe ich die dabei. Bevor ich aber anfange, schaue ich mir das Fahrzeug erst mal an. Was habe ich denn hier überhaupt für einen Schaden? Was für ein Umfang ist es? Wie gesagt, im ersten Anschein ist es so, dass nur die Stoßstange und die Blende hinten beschädigt ist. Und jetzt fahren wir fort und schauen, ob da noch vielleicht irgendwo versteckte Mängel oder Schäden sind, die wir im ersten Anschein her nicht sehen. Also wie gesagt, momentan sieht es noch ziemlich einfach aus. Aber jetzt, Rainer, ans Werk mit dir. Du fängst hinten bei der Garage an, ob man was findet. Wir schauen jetzt erst mal, was die erste Schadendiagnose ergibt. Hier haben wir einen Durchbruch in der Kofferwanne. Und was man natürlich gleich sieht, hier ist das Holz aufgebrochen. Und hier haben wir, die Kantenluft ist verändert. Das bedeutet, dass die Rückwand mit verschoben ist durch die Kofferraumbwanne. Das ist bei diagonalen Anstoßen öfter so. Man muss sich vorstellen, der Kraftverlauf geht von links nach rechts in dem Moment. Und das bedeutet natürlich, wir müssen suchen, ob es irgendwo Verzug oder Spannungen gibt. So, auf der anderen Seite haben wir auch was. Hast du da schon was gefunden? Ja, ich schaue mir erst mal, ob die Maße die gleichen sind. So, Entschuldigung. Ja, wir haben hier einen größeren Ausschnitt. Das bedeutet ja, dass die Tür mitgestaucht ist. Und wir schauen uns die Kanten an und stellen fest. So, und wenn wir hier reinschauen, siehst du hier, da ist sogar die Schraube. Die Schraube ist rausgerissen. Hier ist die Schraube rausgerissen. Ja. Hier oben ist aufgerissen. Und hier haben wir durch den Druck von links nach rechts ist die Rückwand total aus. So, jetzt kommen wir mit. Wir gehen mal rein und schauen mal, ob die Möbel noch dort sind, wo sie hingehören. Im ersten Moment sieht man hier auch nicht wirklich viel. Ich habe schon alle Klappen und Türen aufgehabt und in den Schränken geschaut, ob irgendwo ein Verzug ist oder ob was ausgebrochen oder ausgerissen ist. Hier haben wir an der Stufe, wenn man sich hier mal genau schaut, ist es hier aufgegangen. Hier ist er wieder geschlossen. Und dasselbe habe ich hier an der oberen Kante. Die steht hier komplett auf und ist hier zu. Normalerweise liegen die beiden an. Das ist durch den Druck von der Außenhaut. Das heißt, die Möbel müssen wieder in Ausgangssituationen gebracht werden und wieder befestigt werden. So, jetzt gehen wir mal raus. Es muss ja auch einen Grund haben, warum die Möbel verschoben sind. Der Rainer war natürlich schon mal da und hat das Auto schon mal angeschaut. Darum weiß er, wo was eben verschoben ist oder eben kaputt ist. Aber normalerweise gehst du einen anderen Weg. Du schaust erst außen, wo die Beulen sind. Dann weißt du ja automatisch, wo innen was beschädigt sein könnte. Das heißt, sollte, ja. Wenn was kaputt ist oder könnte. Ja, wie gesagt, ich war die Woche natürlich schon mal hier und habe das Fahrzeug besichtigt. Und deswegen habe ich auch gedacht, das wäre etwas Interessantes für dich oder für die Zuschauer, um zu sehen, dass nicht alles so im Schein ist, wie es im ersten Moment aussieht, sondern dass auch ein Schaden wesentlich grösser ausarten kann, als im ersten Moment gedacht. Das heißt, jetzt sind wir als erstes auf Beulensuche hier. Ich sehe da schon mal eine Beule. Da würde ich jetzt innen auch schon beim Kästchen suchen, ob da irgendwas kaputt ist. Du hast natürlich noch ganz anderes gefunden. Ja, genau. Also durch die Aufstauchung hier unten hat sich die Seitenwand hier eingedrückt. Ist eingefallen durch die hohe Spannung. Der Beulenspiegel. Mit dem können wir das ganz schön dokumentieren. Normalerweise, wenn ich das jetzt an einem Lack halte, spiegelt der Lack sich in Linien gerade. Und wenn irgendwo eine Beule ist, sieht das Ganze auf dem Lack aus wie ein Astloch. Ja, wir können das vielleicht mal hier so zeigen. Ja, und jetzt machen wir das. Wir schießen ein paar Fotos. Die seht ihr jetzt. Und dann seht auch ihr, wo eben die Tollen sind oder eben die Einschläge. Genau. Wo die Aufstauchungen sind. Ja, genau. Ja, jetzt hast du es ja interessant gezeigt, wie man eben, ich habe da gar keine Beule gesehen, aber wenn du da mit diesem Matrix-Spiegel da rein zeigst, dann sieht man eben, wie sich das, du sagst, wie ein Ast bei einem Baum. Genau. Wir haben ja hier eine Aufstauchung. Die sieht man auf weiß natürlich sehr schwächt. Und mit der Matrix kann man das ganz schön zeigen und dokumentieren und auch fotografieren, damit man das ganz deutlich sieht. So eine Aufstauchung ist natürlich nicht zu reparieren. Nein, letztendlich bleibt hier nur der Ersatz der gesamten Seitenwand, was natürlich auch sehr aufwendig ist. Und schauen wir mal, ob wir noch irgendetwas finden am Fahrzeug, weil wenn das Fahrzeug diagonal eine Aufstauchung hat, könnte es natürlich auch sein, wenn der Aufbau nach rechts gebogen ist, dass wir noch irgendwo etwas finden könnten, das den Schaden noch mehr erhöhen wird. Also innen haben wir jetzt das gezeigt, da sind Verschiebungen da von dem Möbel. Wir sehen da die Tollen überall. Jetzt wahrscheinlich muss man jetzt mal noch das Auto heben, dass man da auch noch irgendwas sieht. Und jetzt nochmals zu diesem Matrix bei Hagelschaden, wendet man das auch an? Genau, der ist eigentlich dafür erfunden worden, um kleine Beulen sichtbar zu machen und zu dokumentieren. Und natürlich bei solchen Schäden, wo auf der Fläche sind kleine Aufstauchungen, die man auch schwer sieht, sind mit der Matrix natürlich super gut zu finden und zu dokumentieren. Und die Firma Stumpf, die macht auch Hagelschäden, alles, was mit Schäden zu tun hat. Alles, was mit mechanischen Einflüssen auf das Fahrzeug zu tun hat, das machen wir. Gut, dann lassen wir den mal rauf und schauen, wie es unten aussieht. Gut, der Rainer hat jetzt weiß, wie viele Fotos geschossen mit Blitzlicht, damit man es auch richtig klar sieht. Du machst solche Fotos, um dann eben dem Kunden zu zeigen, was effektiv kaputt ist. Genau, so ein Gutachten ist ja eine reine Beweissicherung. Das heißt, ich sichere die Beweise, um den Schaden und die Schadenhöhe aufzuzeigen beziehungsweise zu dokumentieren in einem Gutachten. Und der Versicherer, oder der den Schaden zahlen muss, hat ja Anspruch darauf, das so dargelegt zu bekommen, dass es für ihn nachvollziehbar ist. Und das ist unsere Arbeit. Aber wer schlussendlich entscheidet, ob es ein Totalschaden ist, das ist wer? Das bin ich. Du sagst das. Genau, ich ermittle den Wiederbeschaffungswert. Dann setzen wir den Schaden entgegen. Das hatten wir ja schon mal. Und dann sehen wir, wie hoch ist der Wiederbeschaffungswert. Wie hoch ist der Schaden? Dann gibt es auch noch so einen genannten Restwert. Der wird auch noch einfließen lassen. Und dann entscheidet man, ist es ein technischer Totalschaden, ist es ein wirtschaftlicher Totalschaden oder ist es ein Reparaturfall? Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Weißt du bei dem Auto schon was? Ja, wenn wir genau hinschauen. Wir haben eine zerstörte Bodenwanne. Der Träger ist verbogen. Hier, der ist auch etwas durchgebogen. Sogar, wenn wir hier rüber gehen, siehst du sogar, dass die Schrauben hier rausgerissen hat. Und die Rückwand ist eingedrückt hier, hier und hier. Das heißt, die muss auch ersetzt werden. Das ist ja eine gefüllte Rückwand, also ein Sandwich-Element. Und das kannst du nicht instand setzen. Das heißt, die Rückwand muss auch ersetzt werden. Und ja, das summiert sich dann ganz erheblich und schauen wir mal, was zum Schluss rauskommt. Hast du vorne, also unten, sieht man da auch noch was? Vorne ist nichts mehr, nein. Da ist nichts mehr? Nein. Das ist ein reiner Aufbauschaden. Aber man sollte ihn halt nicht unterschätzen. Die Teile sind sehr, sehr teuer. Und der Reparaturweg ist ein aufwendiger. Das heißt, um an A heranzukommen, musst du B, C, D und E ausbauen. Und ja, da ergibt sich das eine zum anderen. Und dann hast du gleich viele Reparaturstunden zusammen. Und die addieren sich dann schnell zu einem, wenn es schlecht läuft, wirtschaftlichen Totalschaden. Und jetzt der Kunde, der wartet natürlich jetzt zu Hause. Lieber würde er rumfahren, aber jetzt muss er abwarten. Was du sagst, ihm kommt es auf das an, was der Reiner sagt. Dann geht es zur Versicherung. Und wie läuft es dann ab? Das wollen ja die Leute wissen. Wie lange geht es dann, bis er wieder Geld hat? Das ist wirklich unterschiedlich, wie schnell der Unfallgegner den Schaden auch meldet, wie schnell die Schadenmeldung abgegeben wird. Das ist eine Sache, da haben wir keinen Einfluss drauf. Wir sind wirklich nur in erster Linie da, jetzt die Ersatzteile herauszusuchen, schauen, in welchem Umfang die Ersatzteile erneuert werden müssen. Und das Ganze zusammenzurechnen und zu sehen, ist es noch wirtschaftlich oder nicht, so einen Schaden wieder zu reparieren. Das war jetzt die Arbeit vom Reiner heute bei diesem Fahrzeug. Er fährt von Ort zu Ort und schaut sich die Sachen an. Wir haben ja schon mal was gezeigt, das sah dann ein bisschen schlimmer aus. Aber wir reden hier von einem Totalschaden, wobei man eventuell, obwohl man hier noch sehr wenig sieht, am anderen Wort, der klebte ja zwischen den Bäumen, der war ja wirklich kaputt. Und so gehst du weiter und man kann dich anrufen, sollte man irgendwo eben einen Schaden haben beim Fahrzeug, dann ist der Reiner stumpf für euch da. Ja, an dieser Stelle hat mich gefreut, war wirklich interessant. Wenn man das Auto so sieht, denkt man ja, diese Bagatelle, warum macht man da ein großes Gabarett? Aber wenn man rein sieht, dann sieht es ganz anders aus. Alleine schon, ihr habt es gesehen bei diesen Fotos, wo man halt plötzlich einen Ast sieht, wo normalerweise gerade Linien runtergehen, sein sollten. Deswegen habe ich auch gedacht, dass es vielleicht ganz interessant wäre, auch einen unscheinbaren Schaden mal ein bisschen mehr ins Licht zu rücken und zu sehen, oh, da hängt doch mehr hinten dran. Ich rufe doch lieber jemanden, der sich damit auskennt, um eventuelle Schäden oder Spätfolgen auszuschließen. Genau. Das ist also ein gescheiter Schritt, das Auto irgendwo in einer Werkstatt abstellen und dann zuerst dem Reiner stumpf anzurufen. Man sollte auch dazu sagen, wenn man nicht schuld ist am Schaden, bezahlt immer die gegnerische Versicherung das Gutachten. Also ihr müsst nicht in Vorlage treten, wenn der Schadenfall klar ist, wenn der Verursacher eindeutig schuld ist, muss die gegnerische Versicherung unser Schadengutachten auch übernehmen. Das ist von unserer Rechtsprechung so gewollt und auch wird so auch durchgeführt. Gut. Und wenn ihr vor allem Geräusch gehört habt, das war ein Keilriemen von einem älteren Fahrzeug, muss auch gepflegt werden. Das hat aber nichts mit diesem Fall zu tun. Rainer, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Wir sehen uns vielleicht irgendwann wieder bei einem tollen Beispiel, um uns zu zeigen, dass wenn wir irgendwo ein Schaden, Unfall oder was auch immer, das könnte auch sein, wenn er irgendwo im Wasser liegt oder weiß ich was. Also wir haben ja die unmöglichsten und möglichen Schäden und Schadensbeispiele und immer wenn ich denke, es ist was Interessantes für dich oder für die Zuschauer dabei, werde ich mich bei dir melden. Da freuen wir uns bis jetzt schon. Also wir sehen uns immer wieder, auch bei Rainer Stumpf. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.